Immer wieder bringt Lena Gerke die Fans mit ihren Outfits ins Schwitzen. Wir zeigen euch die heißesten Looks des Models. Vorne tiefer Beinschlitz, hinten fast komplett freier Rücken. Dieses schlichte schwarze Kleid hat es ganz schön in sich. Als ob die Farbe Rot nicht schon verführerisch genug wäre, hat dieses Outfit auch noch einen sehr tiefen Ausschnitt und entblößt ihre langen Beine. Wow! Schon 2013 konnte Lena in Rot überzeugen. Kiefer hätte der Beinschlitz nicht sein können, der obere Teil aus Leder macht das Dress noch verführerischer. Ein weiterer Look der GNTM-Gewinnerin fiel 2013 auf. Die Kombination aus Eleganz und kurzem Schnitt verdrehte mit Sicherheit einigen Anwesenden die Köpfe. Beinschlitze stehen Lena Gerke sehr gut. Weiter ausgeschnitten dürfte ihr Outfit aber weder oben noch unten sein. Heißer Lederlook! Der Stoff von diesem XXS Mini-Dress lässt die Schultern frei, verläuft in einem dreiecksförmigen Ausschnitt und liegt hauteng an. Heißer geht's nicht! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.